Hi Leute, wir machen heute ein Opening. Ich hoffe, es gefällt euch. So, wir gehen mal in den Shop. Also halt Geschäft. Bringt mir Glück! Oder wer bei Kuhn will? Loll? Loll? das wäre auch gewesen es ist nichts passiert ich muss euch sagen wenn ihr erst einmal dreht dann kriegt ihr mehr glück als mehr dreht ich finde es scheiße weil also wenn ihr es hört das ist ein baby wenn ihr was hört ist meine mutter die lacht oh digga ich mache einmal 10 aus habe ich schon und natürlich ich freue mich dann dann wieder nicht fast immer so eins davor wieder kein zweifel ja wegen der habe ich ja auch noch nicht aber kriege ich eigentlich heute kein glück kein glück ich kriege hier anscheinend kein glück soll er mal hier vielleicht kriege ich ja hier da wir captain gold hat kriege ich natürlich nicht da ist mir zu weit nach oben nicht meine legendären gleich wird das nein 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 was kann ich dazu sagen nichts einfach nichts super 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 so super 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 bringt mir glück wird es auch nicht sein aber liegt ja auch gut einfach liegen der zweimal gleich gesehen und die kann es überhaupt auch sein dass ich einen special skin in jedem unter das bin man ein special skin da wäre ich ja wohl nicht so glück wie lucas oder kevin überhaupt gar nicht so wie lumex was war das also habt ihr nicht gesehen das war für mich ein bisschen peinlich ich brauche so einen kleinen kleinen klicks wenn ihr eine alexa habt dann schreibt es mal in die kommentare bei lumix ist oft so er sagt was zwar also ja er sagt was und dann fast jeder hat eine alexa und dann ist einfach so dass die reagiert ja das ist voll lustig du blick hat also ja alexa mach lukas legendär der song rein habt ihr das gesehen das war sehr sehr knapp vielleicht mache ich öfters opening die schläft die schläft der kathrin Da wäre er gewesen. Aber leider ziehen wir keinen. Das stimmt. ich habe gedacht da kommt kein länder sonst aber da muss noch ein weiter oder besser wird nichts aber ich hätte auch gern diesen legendären ich habe boxy mode und special skin und noch ein paar blöde skins ich bin ja schon mal ein guter anfänger auf meinem account habe ich 8 special skins das ist fast immer bei youtuber aber captain gold hört geil so lang muss man brauchen bis man ein special skin sieht einfach nur geil machen wir noch ein spin richtig geil oh mein gott einfach okay wir beenden das video abonniert meinen kanal liked und schau